40 stück habe ich heiltempo ach wie weit sind wir jetzt leute weiß das jemand was man was würdet ihr meinen wie lange dauert das spiel noch also ich denke 70 prozent etwa oder haben wir jetzt 70 ich glaube das sind etwa 70 prozent gut vorangekommen in drei tagen ich versuche neue plätze zu finden nein da ist nichts ich suche bugs leute bitte erkennt mich ja ich habe schwäche eine kleine schwäche für die bugs kommt darauf an wie gut du bist das ist ein altes wasser das ist so manfred die strömung des flusses macht daraus elektrizität denke ich auch ich weiß was es ist ich weiß nicht wie es das macht ok wie kommen wir darüber also ich denke auch dass das spiel besser wird weil die grafik wird besser sein auch wenn man auch wenn viele sagen grafik ist nicht wichtig für mich auch nicht da ist es ist eins meiner lieblingsspiel aber man darf nicht vergessen das auge spielt mit und es ist schon wichtig wenn die grafik schön aussieht schon das ist mal pluspunkt und dann ja das wieder die gleichen sagt man protagonisten charaktere wieder dabei sind das auch das wichtigste sowieso dass sie erwachsen geworden ist und auch vom trailer her so wütend so rache sie sucht rache oder und ich denke es kommt noch andere gegner in diesem spiel für meinen geschmack gibt es zu wenig arten von gegner es hätte noch ein bisschen besser sein können nicht nuroscana und kohlen manтом Dá ich nix kohlenkohlen cited wie heißt der noch mal kohl Ich koche nie kohlen gueiß nicht komm und und brokkol signals Nein, ihr wisst, was ich meine. Und ja, das ist, oh, Rätsel. Es kann nur besser werden, hoffe ich mal. Wie kannst du nur? Ja, denke auch, ich würde sagen, 75, wobei die kommenden 25 noch ganz schön lange gehen. Das wird super. Juhu! Was habe ich nicht gemerkt? Blumenkohl, genau, wollte ich sagen. Dankeschön, Manfred. Du bist der Einzige, der sich das gemerkt hat. Juhu! Und was habe ich nicht bemerkt, Brittany, bitte? Jetzt musst du raten. Blumenkohl, Man. Rate sofort. Boah, Druck. Druck. Wo Druck, wo? Um was geht es überhaupt? Was habe ich nicht bemerkt? Oh mein Gott, ich muss da rein. Pfff, komm, komm, komm raus. Nein, warte, oh, ich bin so ungeduldiger Mensch. So jetzt. Ja, und Leute, es dauert auch nicht mehr lange, Monster Hunter, für die Playstation 4, dann kommt es raus am 25. oder 26. Ja, muss ich mir dann holen. Ja, muss ich mir dann holen. Sieht zu gut aus, das Spiel, Monster Hunter. Dann werde ich das auch aufnehmen, nebenbei. Das wird lustig. Das Spiel ist schon aufwendig, wie ich mich erinnere. Monster Hunter 3 und so. Pfff, dass mich ein paar Sachen gestört haben. Ich hoffe, die sind nicht mehr da. Ich glaube aber schon. Oh mein Gott. Oh nein. Er stirbt. Alter. Man muss sich ja voll beeilen, ne? Aber voll. So, jetzt, geh rein. Wisst ihr, was mir nicht so gut gefallen hat, beim Monster Hunter, sehr wichtig. Dass die Boss, dass diese großen Monster immer weggerannt sind. Ich hab das gehasst. Was ist los? Was ist das, Harry? Harry, wo bist du? Aha, da. Komm. Lahn, ich muss genau... Willst du mich verarschen? Geh raus. Nein, schabuck. Schnell. Schnell, mach du das. Eiiiii. Ja, hat mit dem Stream zu tun. Nein, ich hab's nicht bemerkt. Wie soll ich das bemerken? Ich hab's nicht bemerkt. Zack. Hab ich einen Host bekommen und ich hab's nicht gesehen. Oh, hast du mir einen Host geschickt? Nein. Was ist das? Harry. Ich spiel zum Monster Hunter Solo. Donation. Wieso hat das nicht gezeigt? Wo? Wer? Wie soll ich das bemerken? Wie soll ich das bemerken? Ich hab Ton aus. Ich würde nichts... Oh, von dir. Juhu. 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 Danke vielmal. Sehr nett von dir. Juhu. Scheiße. Hat sogar vorgelesen. Ja, Leute. Mein Kopfhörer ist am Fernseher. Ist nicht am PC. Deswegen, wenn ich Playstation 4 aufnehme, oder Wii U, Nintendo Switch, also dann, ich muss das mal irgendwie, ja, den Ton laut machen, aber dann würde Echo kommen. Alter, was ist das jetzt? Danke vielmal, Britney. Sehr nett von dir. Oha. Peinlich. Hä? Hinweis. Danke vielmal, wirklich. Oh scheiße. Oh Mann. Dankeschön. Danke, danke, danke. Sehr lieb von dir. Ich muss das doch hoch machen. Hat sogar vorgelesen. Ja, jetzt bin ich der Böse. Ja, Leute. Ich habe es gar nicht gehört, weil das aus ist bei mir. Ich höre das nicht. Auch wenn ein Host kommt oder ein Follow kommt. Bug. Ist ein Bug, oder? Danke, danke. Da. Ey, guck mal. Man muss genau, Alter. Was ist das, bitteschön? Ich verstehe, er muss sterben. Damit geht. Behindert, Alter. Ja. Dreieck. Ich drück doch. Ich drück doch, ich drück, ich drück doch Dreieck. Von unten. Ich muss doch da runter, ne? Ist doch logisch. Und dann. Da. Jetzt. Was habe ich vorhin gemacht? Von oben lösen. Nein, nein. War nicht von oben. Von unten. War schon richtig. Richtig. Ich muss einfach richtig, genau richtig. Oh. Eieieieiei. Wieder Millionen Leben verloren. Wegen Britney. Ich weiß. Steig auf die scheiß Palette. Danke, danke Britney. Nur mal. Tut mir leid. Ich habe nicht gesehen. Nicht gehört. Aber es wird für immer da bleiben. Bei den Videos. Beim Titel The Last of Us Part 33. Ähm. Na los, dreht das Ding. Ja. Keine Ahnung. Donation Goal. Donation Britney. Nee, Spaß macht das nicht natürlich. Ist blöd. Das passt nicht. Zum Spiel. So. Juhu. Boah. Hey, sei vorsichtig da draußen. Schön, ne? Na klar. Ist echt. Echt zum Verschmelzen. Check. Yeah. Yeah. So, da muss was sein. Sonst raste ich wirklich aus. Ah, da hoch könnte ich noch. Aha. Du spinnst. Nein. Das ist zu klein für einen Karten. Oh mein Gott. Ich habe vergessen den Roboter auf sein Grab zu stellen. Was mache ich jetzt damit? Ali. Was? Ich will darüber reden. Nein. Warum nicht? Wie oft müssen wir das alles noch durchkauen? Dinge passieren. Das ist nun mal so. Aber. Es reicht jetzt. What's the hurry? Komm. Tut mir leid. Gehen wir zu Tommy. Oh, mysteriös. Mysteriös. Wie geht's hier, Bro? Wie geht's? Wie steht's? Willkommen? Hallo, hallo. Hallo, hallo. So. Ladies and gentlemen. Das Spiel hat noch nicht angefangen. Wie immer. Und wenn es anfängt, ist es zu Ende. Es ist eine unglaubliche Situation. Hunger habe ich auch. War nicht. Bitte jetzt meine Mutter sagen. Soll ich da runter? Wir sind noch von unten gekommen. Ja. Nein. Nicht genau. Warte mal. Genau. Wir sind da runter gegangen. Haha. Mich vergessen. Schon schön, ne? Da würde ich gerne wohnen. Schweiz. Es sieht aus wie die Schweiz. Wo ist die? Wo ist die? Wo sind die Berge? Wo ist Fondue? Gehen wir so. Oder warte. Da müssen wir ja sowieso gehen. Nein. Nein. Ist okay. Gehen wir so. Ich habe mich für diesen Weg entschieden. Warte, Harry. Komm. So. Wir sind zu Hause. Mein Bruder. Gehen wir rein? Außenrum geht es nicht. Wir müssen durch die Fabrik. Oha. Endlich. Gott hat dich geschickt. 60 Punkte. Lauschmodus. Messermeister. Benutze ein Messer, um dich zu retten, wenn ein Klicker dich schnappt. Na? Schwanken der Waffe? Nee. Lauschmodus? Nee. Mach mal. Okay. Ich spare. Ich spare. Am besten. Ich denke Klicker kommen eh nicht mehr, aber selten. aber damit ich das auch gemacht habe. Warum nicht? Karte des Kraftwerks. Eine Karte des Kraftwerks. In Jackson. Oh. Neue Waffe. Oha. Uff. Wow. Nice. Schön. Was ist das denn? Eine Munition. Oha. Wen, wen soll ich damit erschießen? Mich selber? Ohohohohohohoho. So blöd. Naja. What's early. What's early. Okay. Gut. Dann. Ich kann mich heilen einmal. Soll ich? Nein, noch nicht. Wenn es drauf ankommt, dann muss ich mich heilen. Es kann nur einen geben. Muss ich da durch? Fedra. Guten Appetit, Britney. Bis später. Ihr habt euch verirrt? Wir wussten nicht, dass hier jemand ist. Wir wollten hier einfach nur durch. Und wohin? Wir sind okay. Was, du kennst die beiden? Ich kenne dich. Wir folgen mit Schocki. Er ist mein verdammter Bruder. Tommy. Oh. Oh Mann, scheiße. Wie geht's dir, kleiner Bruder? Verdammt. Lass dich mal ansehen. Du bist scheiß alt geworden. Wart's ab, das blüht dir auch noch. Das ist Maria. Sei lieber nett zu ihr. Sie ist sowas wie die Chefin hier. Ma'am. Danke, dass mein Kopf noch dran ist. Wär ja auch peinlich, den eigenen Schwager abzuknallen. Tja, irgendwann erwischt es uns eben alle, hm? Elli, richtig? Ja. Was führt dich her? Äh... Das ist eine lange Geschichte. Warum gehen wir nicht rein? Ja. Hunger? Und wie. Bruderherz. Falter Alarm! Es sind Freunde! Es gab Überfälle. Hier sind viele Räuber unterwegs. In letzter Zeit war es ruhig. Was machst du eigentlich hier? Ich dachte, du wärst in Jackson. Wir wollen das Kraftwerk wieder zum Laufen bringen. Es hat schon funktioniert. Aber eine Turbine ist hin. Es gab hier Strom, Joel. Gab. Wir kriegen das wieder hin. Oh, Mann. Ihr habt hier Pferde. Sogar ganz schön viele. Hey, Tommy, hilf mir mal kurz. Warte, bin gleich wieder da. Äh, darf ich? Ja, na klar. Er mag Ohren kraulen. Kannst du denn reiten? Ja, allerdings. Wow. Die sind schlimm. Wann hast du reiten gelernt? Winston. Ein Soldat aus der Zone. Er hat's mir gezeigt. Weißt du, wenn du willst, reiten wir nachher ein Stück. Das wär klasse. So. Hey, danke Tommy. Kein Ding. Okay, weiter mit der Führung. Also man sollte eigentlich ein Pferd niemals von hinten anfassen. Wo bist du hier? Solltest du nicht heute morgen zurück? Ich warte auf Hause und die anderen, die mich ablässt. Wie ich mich auskenne. Ah. Wir kommen klar. Du, du kannst nach Hause gehen. Es sind nur noch ein paar Stunden. Ich zieh das durch. Okay, dann. Mach's gut. Oh. Was denn? Was denn? Okay. Sie mag mich nicht. Ich liebe sie auch nicht. Was jetzt? Aha. Wow. Oh. Es ist nicht drin. Auf einmal. Ich stand im Weg. Tommy komm. Komm komm. Ich bin voll mit Jockey. Maria. Wir sind im Kontrollrecht. Wir sind im Kontrollrecht. Wir bringen gerade alles zum Laufen. Schaust du's dir an? Ich esse lieber was mit Ellie. Ich bin sowieso dran. Ich geh. Ich komm mal mit. Ich geh mit Maria und is mal was. Joel. Komm Ellie. Lassen wir die Jungs mal machen. Ich schicke Tommy rüber. Er hilft. Komm. Oh, sie ist so süß. Sie will mit ihm bleiben. Das ist das sechste Mal, dass wir es mit diesen Turbinen versuchen. Wir sind eine Woche hier, aber mir reicht's schon. Ich guck mal da oben. Ich bin gleich da, Tommy. Schauen wir mal, was wir da finden. Nicht, dass wir danach da alles überlaufen müssen. Überlaufen. Durchlaufen. Ich meine, dass man nicht mal alles anschauen kann. Wie vorhin. Ist ja schon mal passiert. Kann ich da... Nein. Okay. 70. Oh. Und noch 5. Noch 5 Pillen. Oh mein Gott. Das dauert so lange. Nehmt mich Wunder. Das nächste... Aufleveln, was ist dann? 100? 100 Pillen? Braucht man? Ja. Ich glaube. Ich glaube. Unerträglich. Ah. Was ist jetzt? Ich hab da was für dich. Ah. Ja.